WTF? SHIT! SHIT! Ich habe ein Bild schon gefunden im Speichern. Morgen Jungens und Mädels. Willkommen zurück bei unserem Super Save Game. Wie beim letzten Mal, wir haben noch alle Items gesehen. Wie beim letzten 10 Mal. Wie weit kommen? Nein, zwei Mal glaube ich. Oder drei Mal. Das ist jetzt die vierte Episode mit diesem Spielstand. Oder so. Im Grunde, wir kennen den Weg. Ich kann nur gucken, ob wir hier abkürzen können. Aber ich glaube, der ist kaputt. Aha. Das ist interessant zu wissen. Das war kacke, wenn das so weit weg ist. Aber was willst du damit? Ich will diese blöde Brille jetzt. Ja, aber wir brauchen den, falls wir an diesem Spielstand durchspielen wollen. Dann brauchen wir den, weil wir sonst nicht durch die Gates kommen. Ich könnte mal gucken, wo hier rauskommen. Ja, mach das. Direkt. An der 3D-Präse. Genau. War die ganze Zeit vor unserer Nase. Ja. Das wär's halt. Aber ich glaube, das ist die falsche Zone, ja. Show yourself. Enjoy yourself. Müsst mal wissen. Leute. Sind die überhaupt da? Ja, ja. Pass mal auf, man. Aber die sind echt nicht da. Die hätten doch längst Geräusche von sich gegeben, oder? Doch, da ist einer. Hallo? Hallo? Oh. Ja, keine Hand. Du hast keine Hand. Ist das Blut immer da? Ist das Schimmer da? Ja, der... Oh, der kommt. Geh weiter. Verfolgt den anderen. WTF? 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 Ah. Scheiße. Schon die Panik ausgebrochen. Ja, und dass der auszukommt. Vor allem nicht, ne? Ja. Glück gehabt. Oh my god, what the hell? Ja. Warum sagt er das? Weil er blöd ist. Weil er blöd ist. Hä? Oh, ich dachte, wir sind in der Sackgasse rausgekommen. So, ja, wo sind wir jetzt eigentlich? Ich hab keinen Belassen. Leo. Schimmer. Was machst du denn? Du verschwärst unsere wertvolle Zeit. Du verschwärst unsere wertvolle Zeit. Kennen wieder keiner. In die andere Scheißzone. Ja, es ist es doch. Weil alle zu jung sind. Da haben wir's doch. Ja, ist recht. Wenn du jetzt die ist, dann die ist du auch wirklich. Weil du den Weg nicht gegangen bist. Oder willst du darüber? Da geht's auch um die andere Suche. Was ist denn das? The Portrait. Ne, dann müssen wir nicht lang. Dann müssen wir nicht lang. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, in welchen der beiden rum ist. Ich dachte mir auch gerade. Aber ich glaub, du bist jetzt gerade im Sicheren gewesen. Der letzte war der Sichere rum. Siehste, Mann. Das ist nicht. Da müssen wir nicht durch. Oh Mann, du kannst dich safen, ne? Egal. Ja, wir sind jetzt nicht so weit weg. Die Aufnahmen laufen, ne? Ja. Habe ich auch schon kontrolliert. Ist das jetzt? Ja. Okay, ready? Wo denn überhaupt? Oder willst du? Also am Bild war jetzt nichts. Weil dann ist es vorbei. Ja, ist der vielleicht. Ja, ist der vielleicht. visiting, ne? Du gehst jetzt wieder zurück. Da vielleicht, oder? Ich hast ja schonmal nicht das Bild, aber im nächsten Raum ist es. Im nächsten Raum ist kein Monitor dafür. Soll ich mich mal umschauen? Nee, klar. Also da machst du jetzt Gangbang Parti Da bei dem scheiß Korps. Ja. ividad ist er zu leben. Außer ACP 178. Wir wissen nicht was es macht in der normalen Version. Nooo. Also in der anderen Dinger sahen die cooler aus. Lauf mal drauf zu vielleicht. Oder schau dich mal um. Oder lauf mal dran vorbei. Oder pinsel mal. Oder mach mal irgendwas. Geh mal drauf zu. Was ist das? Das hat ein paar Augen. Und der Kopf, der bringt. Also irgendwie schaut das cool aus. Und der andere kommt. Lauf mal. Nein, willst du doch zulaufen? Was ist denn passiert? Ich würde schnell machen. Was ist das für ein Fischmensch, Alter? Oh Mann, da gibt es noch ein... Wow, das ist für unseren Thumbnail. Ja, der attackt uns jetzt aber auch so. Ja, was machst du denn? Du musst weg. Du hast dich gestreichert. Jetzt hat er auf. Oh, du blutest ja richtig. Hört auf, wenn wir bluten. Hä? Hört ja auf, wenn wir bluten. Ja. Scheiße, ich bin tot. Hast du nix mehr, irgendwie? Nein. Statt, ich bin tot. Also, es haben wir es gesehen. Zumindest. Ja. Ich lade gleich, das selbstgäm, oder? Gleich eigentlich für heute. Ich wollte nur die Brille sehen. Es ist das Einzige, was passiert. Ja, eigentlich ist es... Also, war es so eine kurze Episode? Jetzt echt? Oder was willst du noch zeigen? Ja, ich hätte jetzt das Self-Game nochmal graben und geschaut, wie weit ich komme. In Edition. Ich finde ein kurzes Video schöner. Attraktiver zum... Fred möchte es so. Dann ist die Episode zubei. Okay. Wieso diskutieren wir sowas eigentlich immer während dem Video? Das ist eigentlich voll... Und weil das jetzt deine spontane Idee war? Nee, du bist gestorben auch. Ja, aber... Das heißt, nur mal das Aufhörst... Unter 10 Minuten. Ja, aber du hast dafür das erreicht, was wir erreichen wollten. Ja, also gut, bringt ja nichts zu diskutieren. Für mich möchte ich nicht mehr, dann hören wir jetzt auf. Dann könnt ihr auch euren Kommentar dazu schreiben. Ja. Oder mich würde mal interessieren, aber... Da bin ich mal sehr gespannt. Ich hätte gerne weitergespielt. Vielleicht wäre das ja eine 30 Minuten Episode geworden. Nee, ihr könnt ja mal... Oder sogar 45 Minuten. Oder sogar 45 Minuten. Ideal, einen Idealwert für eure... Ja, das haben wir doch schon öfter gefragt. Und die Leute haben gesagt, sie möchten so eine halbe Stunde haben. Lieber als nur 10 Minuten oder so. Aber... Das war aber vor 100 Jahren. Ja, schreibt's ruhig nochmal. Und eine andere Frage. Was passiert noch bei der Brille? Ist es das Einzige? Also ich weiß, damals sind noch mehrere von diesen... Ja, ein Fall... Das waren so geometrische Figuren irgendwie. Ja, halt so menschliche Silhouetten halt. Was da jetzt... Aber ohne Textur. Näher am SAP-Wiki dran ist. Schreibt's alles... Müssen wir uns mal stauern machen. Schreibt's alles in die Kommentare. Und wir diskutieren das nächste Mal dann. Ja. Okay. Ich will an, hat mich nicht rausgeholen. Bis zum nächsten Mal, Jungens. Bleibt bitte geschmeidig. Schmeidig. Und so. Tschüss. War das nicht peinlich oder so? Nee, nie. Aber nicht da ist... Aber ich gehe zu... Nee... Oh nein. Yeah. Willkommen bröhlich? All slide apply. Philippa chAS dumpling. Ich gehe mal wieder. Nee.